Guck mal, der war im Second-Hand-Laden. Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmar und es geht gleich volle Kanne ab. Hier sehen wir schon mal, wie ein Saarländer an eine Frau kommt. So machen die Saarländer. Das ist das allgemeine Balz-Verhalten der Saarländer. So, mit mir wieder am Start, weil ich ihn schon erwähnt habe, der liebe Flo von 4U. Vorsicht Baumfeld, Achtung ihr zwei. Und natürlich, wieder daneben, unser Quoten-Schwarzer. Das ist politisch korrekt. Und, ähm, der liebe Handi. Denn wer muss ja dafür sorgen. Der Green Spirit Uncut! Und apropos Uncut, der Baum ist jetzt auch, äh, ja. Ähm, Small Head. Ja, ja. Warte mal, wir bauen die... Hoppla. Ja, wo wird die Hütte gebaut? Oh, das ist die Frage. Ja, genau. Äh, habt ihr schon... Warte, ich baue eine, ich baue eine, ich baue eine. Genau, ja. Ah ja, alles klar. Genau hier hinten. Cool. Und nicht Tiereck drücken, Lautschi. Ähm, fünf Kannibalen rennen über eine Bach in unsere Richtung. Ja, dann gibt's gleich auf die Schnauze. Weil sie irgendwas gesehen haben, keine Ahnung. Also, ich hab's ja schon öfters für den PC gespielt. So oft hatte ich noch nie eine Kannibalenbegegnung wie bei der PS4. Ich glaub, da haben sie echt... Also selbst... Oder weil wir zu fritt sind. Kann auch sein, ja. So, Hütte ist fertig, dann lass uns Palisaden bauen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich lass am besten den Andi die Planung machen, weil das ist unser Baumeister. Andi der Baumeister. Ein Steinfad ist doch auch was Schönes und so nützlich für unsere Mission. Ne, warte mal. Ach, ist das wieder... Ich komm mit dem... Mit diesem Buch noch nicht klar. Andi, ich mach ein Lagerfeuer. Seht ihr die Wall hier? Für die Nahrungsversorgung. Ja, genau, mach das mal. Ich... So. Lautschi? Ja, okay. Bäume fällen. Okay, mach ich. Was braucht man nochmal für die verstärkte Axt eigentlich? Ähm, da brauchst du nur ein Stück Stoff und das musst du um die Axt werden. Ah, das hab ich sogar. Äh... Oh! Achtung! Da hab ich bei der Bundeswehr immer einen Anschiss gekriegt, weil mir Pfälzer sagen ja auch immer Achtung, wenn irgendwas ist, egal. Und das soll man ja nicht machen, weil Achtung sagt man ja bei der Bundeswehr nur, wenn jemand hochrangig ist, äh, in der Nähe ist. Ach so, ja, stimmt. Da muss man dann Vorsicht sagen, wenn man jemand warnen will. Nicht immer Achtung und jeder gleich so ins Stillgestanden gegangen. Ach so. War auch immer schön. Hattet ihr eigentlich auch das Bundeswehrhandbuch, das so legendär ist? Ja, haha, das, äh, nach dem Besteigen der Gipfelkronen ist das Klettern selbstständig einzustellen und so ein Scheiß. Ja, genau, ähm... Ich war nicht bei der Bundeswehr. Bei Nacht ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen und sowas. Ja, ich bin Vaterlandsverräter, ich war nicht bei der Bundeswehr. Ja, ich auch nicht. Ich brauchte es nicht, dieses mit Waffen rumschießen, Männlichkeit und so ein Rahmen. Genau, das kann ich auch so machen, aber man muss nicht zur Bundeswehr. Ja, die Bundeswehr ist so viel mehr. Ich finde das ja absoluter Schwachsinn, dass die sich jetzt so ein bisschen auf die Gamer einschießen mit ihrer Werbung. Ja. Ja, der geilste Multiplayer. Ja, aber das macht die US Army. Ja, das macht ja aber die US Army auch. Das ist halt einfach, weil sie dürfen ja nicht mehr einziehen und so. Und deswegen. Und warum soll dann jemand noch zur Bundeswehr gehen? Wobei, wie gesagt, du kannst halt, die Förderung ist echt gut. Du kannst hier halt Schulung weitermachen und so weiter, Führerschein, das ist gar nicht mal so verkehrt, ja. Also für viele, die... Ja, ich weiß was anderes, wenn ihr Hunger habt, Fleisch ist auf dem Grill. Also für Leute, ich sag mal, es ist eine gute Sache für Leute, die perspektivlos sind, ja. Da ist es echt eine gute Sache. So, hier, ich kann noch ein Stückchen dran machen, so. So, ich mach mal großzügig hier, ne? Ist jetzt auch fertig hier, das... Wir brauchen genug Platz haben. Also ich muss schon sagen... Wir geben Gas, ne? Sieht gut aus hier. Ihr habt auch... Ja, am Vergleich zum letzten Mal. Ach, hat einer schon das Fertige im Level. Das... So, Mahlzeit. Ähm, Kannibale mit Kohl. Achtung, Kannibale. Sieht vor... Hä? Ah. Komm ab. So, ich könnte ja mal wieder... Geh weg. Geh weg. Ich könnte ja mal wieder so einen Schlitten bauen. Ja. Da kommen die Kannibale auf euch zu. Oh ja, oh, oh, der ist, äh... Hinter dir. Hallo. Ich zieh gerade... Du Drecks-Kannibale. Alter. Ähm... Ich, äh... Ricksack. Komm her. Ich muss etwa hier ein bisschen Gesundheit... Alter. Ja. Der sieht aus, als könnte er was. Popöle. Ja, der hat eine Keule, der macht Schaden. Ah, cool. Na, vielleicht auch nicht. Guck mal, der war im Second-Hand-Laden. Hahaha. Ja, alles, was du sagst, hat Hand und Fuß. Ja, genau. So, schön mal in die Arschritze reingehackt. Da ist wieder ein Totem. Ich reiß das mal ab. Alles, was ich hier mache, hat Hand und Fuß. Scheiße. Das wollte ich eigentlich jetzt so gar nicht, aber okay. Da warst du, kriegen wir wieder ein paar Knochen. Ja. So. Ah, warte mal, nee. Erst mal die Axt verstärken. Hier ist ein Stück Stoff. Combine mit der Axt. Musch die Axt zuerst hinlegen. Warte mal, nein. Ah, ja, okay. Alles klar. Ich glaube, ist egal, aber da kannst du die verstärken. Ja, alles klar. Super. Ja, das passt. Was ist mit dem Kopf? Use on fire. Okay. Du kannst den Kopf und ein Stück Ast nehmen und so einen Stab nehmen und daraus kannst du dir eine Keule machen. So, ich sorg mal für ein bisschen Bewaffnung, Bögen und alles. Ja. Wie kann man nun mal so einen Speer machen, wie ihr da habt? Zwei Stöcker. Okay, hab ich. Die einfach miteinander. Oh, hoppla. Moment, wie kriege ich denn das wieder von dem Tuch runter? Remove. Ah, remove. Nee. Ah, ja, alles klar. So, hab's verstanden. Aber du kannst auch, wenn du nichts zu tun hast, mal hier Palisaden mitbauen. Oder diese Wände mitbauen. Ich finde das Holz, das da runtergerollt ist am Einsammeln gewesen gerade. Equip? Ich meine, Louchy. Ah. Musch mach jetzt Stückchen. Stick. Ja, combine. Ah, ah. Können wir nicht ein paar Fenster noch in die Palisade machen? Okay, okay, okay. Auch was sehen. Ich würde dahinter, da gibt's bestimmt so Hochstände oder so. Nein, ich lasse es jetzt erst mal. Dass wir uns drüber stellen können. Damit? Weil durch Fenster krabbeln die bestimmt rein, die Drecksviecher. So, okay, ich lasse es jetzt erst mal. Äh, so, wo war das jetzt noch mal mit diesem Schlitten? Ich komme irgendwie mit der... Letztes Mal bin ich mit dem Buch viel besser zurecht gekommen. Äh, hä? Elevon? Ach, sehr gut, es regnet. Das ist gut, ja. Tatsächlich. Ach, ich klicke mich einfach jetzt mal durch. Wie fern verstärkt ist eigentlich eine Axt, wenn ich ein Stück stoppt rumbinde? Ja, das ist, äh, weiß ich nicht, aber... Funktioniert anscheinend. Ja, das ist, äh, äh, ja. Fire, Shelters, Food and Water, Storage. Habt mich überzeugt. Custom Building. Ne, das ist auch wieder was anderes. Hä? Naja. So. Wo klicke ich mich gerade durch? Okay. Unter was ist denn das jetzt eigentlich? Das muss doch jetzt unter... Ah, okay, ich hab's. Also, Lautschi verbringt die ganze Folge damit, irgendeinen Scheiß zu craften und wir bauen ihm so die Sicherheit außenrum, oder wie. Ja, warte mal ab, wenn er jetzt wieder rausgeht aus dem Menü, auf einmal steht da eine ganze Phase, hä, wie wird denn das gemacht? Wie kommt das her? Die ganze Spannung in der Folge. Nein, einen Bogen hab ich schon mal. Der steht im Waffenständer neben uns. Oh, wir haben eine Schildkröte hier. Wir haben vierchen. Ja, dann gleich auseinandernehmen und, äh... Hab ich schon, hab ich schon. Ah, okay, perfekt. Geil! Meine Axt brennt, wie geil ist denn das? Was, bitte? Jetzt nimm mal. Also, wenn ihr noch ein paar, äh, Panzer besorgt, ich weiß nicht, wie lange eins von den Dingern da reicht. Warte mal, ich brauch, ich brauch Stöckchen auf jeden Fall. Hier sind jede Menge Stöckchen. Draußen. Also, bei dir. Ähm, links neben dem Lager. Okay. Ich hab gerade ein paar gefahren, aber ich hab, äh... Ja, ja. So viel, ich kann nicht mehr tragen. Na, nee, genau. Ich bin gerade wieder mit der Kannibalengruppe am Lager vorbei, Leute. Ja, deswegen will ich jetzt die Palisaden schnell, weil das letzte Mal stand auch auf einmal ein Horrorbild da. Äh, da, 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 wo haben wir sie denn? Hier. So. Ja, auf jeden Fall. Jawohl. Fein. So, da. Moment, dann brauchen wir doch hier das hier. So. Glaub, ich hab genug. Wie viel kann ich denn nehmen überhaupt? Baust du überhaupt mit, Lautschi? Ich mach doch hier, äh, unseren Schlitten. Das ist auch wichtig. Also, wir hatten nur eine kurze Info. Wir haben, ähm, jeder von uns einen Bogen. Der steht neben unserem Lager im Waffenständer. Perfekt. Dann, äh, ich feile. Ich fähre jetzt mit der Palisade und dann kümmere ich mich um den Feilen. Genau. So. Und das hier. Ich hoffe, hier können die nicht durch. Nee, hier können die nicht durch. Die springen bestimmt rüber. Nee. Die können doch rüber springen. Das wissen wir ja doch. Hä? Die können doch rüber springen, das wissen wir doch. Ja, aber nicht über die Mauern hier, oder? Bestimmt. Ich würde mich wundern, wenn ich... So. Hier ist wieder... Ah, acht Stück kann ich nehmen. Okay. Oh, ich hab auch... Gut, Nektor fertig. Ich hab auch bald wieder Hunger. Mal gucken. Durst ist noch gut. Aber Runge hab ich. So. Zack, 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 zack. Noch zwei Stückchen kann ich nehmen. Da. So, also das Wasser aus den Schildkrötenpanzern können wir trinken, ohne Schaden zu kriegen. Oh, das ist sehr gut. Dann komm ich mal kurz. Ja, ich hab noch ein zweites gebaut. Wo sind die? Die stehen direkt neben dem Lager. So. Links neben dem Lager. Das eine hab ich jetzt ja das Tod gezogen. Da dürfte noch kein Wasser drin sein. Gut. So. So. So, da ist der Schlitten. Und jetzt... Jawohl. Jetzt ist er fertig. Jetzt ist er fertig. Jetzt könnt ihr nehmen. Jetzt, wo die Palisade fast fertig ist, hast du den Stück für die Palisade sein. Es sind noch genug Holz, wo noch nicht fertig ist. Wir brauchen noch 41, wir brauchen noch 41 Holz. Ja, siehste mal. Siehste mal. Ja, Andi, ich find's auch echt, ich find's echt toll von dir, dass du dem Feld das Gefühl geben willst, der ist dir das nicht drauf. Ey, wenn du jetzt meinen Schlitten kaputt gemacht hättest, dann wäre was. Du hast doch eingestellt, dass die Gebäude nicht kaputt gehen können. Das ist ja kein Gebäude. Das fehlt bestimmt auch der Schlitten dazu. Das fehlt bestimmt dazu. So, platzieren. Hauptsache, Lautschi tut mal was für sein Geld und fängt an, hier mal mitzuarbeiten. Das ist dann eh wieder sowas, weißt du? Das seh ich jetzt schon bildlich vor mir. Also, der Andi plant hier alles, hat schon alles hochgezogen, hat die Palisade zur Hälfte fertig. Ich hab für einen Waffennachschub gesorgt und Getränke und Essen. Und warte, was hat Lautschi in der Zeit geschafft? Einen Schlitten gebaut. Ich nehm's auf, das Ganze. Ja, ich seh jetzt schon die Kommentare wieder vor mir vom Andi so wieder. Ja, jetzt sieht man wieder, was du gemacht hast, nämlich gar nix. Ja, wandern. Wandern. Ja, ist auch wichtig. Man sieht doch jetzt auch wieder, mit wem man die beste Chance hat, auf einer einfachen Insel zu überleben. Also, mit mir ist man ausgerüstet, mit dir hat man Unterkommens. Ja, ja, genau. Aber hoffentlich sind da keine Fische und keine Blätter. Aber nicht Lautschi beleidigen, das ist unser Maskottchen. Ja, hoffen wir mal, dass auf dieser einsamen Insel keine Fische und Blätter sind, weil das ist ja das Kryptonit wieder von For You. Stimmt nicht alles, was in irgendeiner Form irgendwie da ist. Das ist zu geil. Bei was? Bei der aktuellen Folge von Call of Cthulhu erschrecke ich in einem Gang, wo in jeder Zelle ein Psychopath ist, obwohl ich's weiß. Okay, das ist ja noch in Ordnung. Aber, da ist... Ja, die machen ja nix, die stehen da nur. Da ist nur... Da fliegt nur ein einzelnes Blatt rum und du erschrickst, oder du erschrickst, weil einer anfängt zu sprechen. In dem Fall du selbst sogar. Das ist gruselig. Das ist gruselig. Ja, ja. Hast du mich jemals sprechen gehört? Dann hör doch jetzt mal genau zu. Ja, ja. So, ich steck schon mal die Fakkel, äh, mein, 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 mein Dings an. Apropos, ich mach mal das Lager ein bisschen heller. Ja. Ich brenne's ab. Ja, genau. Toll. Das hält aber nicht ewig. Ach, guck mal, du kannst auch Steine auf deinen, äh, auf deinen Schlitten legen. Ja, du kannst auch Zähne auf deine Axt und sowas legen und dann, äh, äh, macht die mehr Schaden. Ja, Steine, Holz und noch bestimmt vieles mehr. Vielen Dank, lieber Lauchi, hab ich gerne gemacht, ja. Was denn? Ach, komm. Was hast du denn gemacht? Entschuldigung, ich hab's verpasst. Der Schlitten ist auch wichtig. Wenn wir im Schneegebiet sind, ja. Im Schneegebiet? Da ist, das ist ein Transportschlitten. Äh, wenn wir drauf sind, ist das kein, ist das nicht Transportschlitten. Denkt ihr auch dran, dass, äh, dass hier auch eine Tür dann noch rein muss oder so? Ja, deswegen hab ich da einen Eingang gelassen, weil hier stellen wir Fallen auf, dann kommen die da nicht rein und, äh, wir können raus. Okay. Und wir haben die Chance, dass du in eine Falle läufst. Sehr gut. Ja. So, Family Guy mäßig. Ich hab überall Fallen aufgestellt, ja. Für was ist denn der Bogen da? Ja. Zack. Nein. Den könnt ihr euch holen. Die Pfeile kümmere ich mich am nächsten Mal. Ah, okay. Ja, brauchst du ihn noch nicht holen. Nee, dann brauchst du ihn noch. Wo ist denn jetzt der Schlitten eigentlich? Der steht immer noch da, wo du ihn gelassen hast, am Eingang. Da, wo die Lieder gefahren sind. Apropos, wieso ist die Hütte nicht schlitten? Ich glaub, ich muss mich mal hinlegen. Genau. Ich bin voll, äh, äh, gedingst. Voll, schon wieder. Was säufst du eigentlich? Oh, oh. Ich höre Kannibalen. So. Ja, hinter dir. Oh, das war knapp. Wehe, einer sagt die Hütte. Alter, aua, 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 aua. Ist das dein Zahn? Oh, fuck, das ist noch das Wetter. Ja, ja. Ich dachte die ganze Zeit, ich kämpfe mit dem Lauti gegen Kannibalen. Das war ein anderer Kannibale. Ja. Ich konnte euch einfach nicht auseinanderhalten. Es tut mir leid. Sehr schön. Mach mal. Wer hat das Feuer ausgemacht? Kann jemand mal das? Ach, ich kann das auch. Ach, hier kann ich mal mal das essen. Ja, mach mal Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ich hab Feuer gemacht. Sehr schön. Ich hab da so mal so einen Kannibalen draufgelegt. Dann haben wir... Schön. Oh, jetzt knistert es auch schön. Die Knochen einsammeln, dann können wir bessere Pfeile draus machen. Ja. Sollen wir den anderen... Ich zerhack mal den anderen, oder? Nee, wir legen den auf drauf. Ich hab jede Menge Fleisch. Also Kannibalismus müssen wir noch nicht verfallen. Ach so, ich mach da gerade noch ein Pfeillager. Hab ich nur schon mal geplant. Dann hab ich den anderen auch mal hier draufgeschmissen. Oh, es wird windig, oder? Ja. Ja. Deswegen hab ich Feuerchen gemacht mit den Zombies, äh, Kannibalen. So, ähm, ich glaube, wir können demnächst mal wieder da gleich schlafen. Ah, okay. Da sehen wir. Äh, Andi, wir können da auch eine Wand mit Tür bauen einfach da vorne. Ja? 19 Braumwand. Wie ist das? Soll ich ihn gerade machen? Ja, mach mal. Genau. Ach, guck mal. Hö, 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 Scheiße. Passt nicht. Dann reiß doch einfach einen ein. Ja, ich weiß nicht, ob da einer reicht. Ich mach, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach mal einfach den Befehl. Wir können uns auch bald schlafen legen. Ja. Jetzt setzt doch einfach hin. Aber eng dran, bitte. Ja, was? Hier, dass wir nicht noch so ein Loch ist. Hä? Ja, und wo ist das jetzt? Ja, Moment, äh, Flo baut's doch gerade. Ah. Genau. So. Sehr gut. Das war dein Beifrag in dieser Folge. Ja, ist doch... Immerhin, oder? Ja. Wir können uns auch gleich schlafen legen. Und würde sagen, da warst du auch schon wieder für die zweite... Genau. Folge. Okay. Knochen sind auch schon wieder am Start. Ah, hast du schon was gemacht. Ja. Ja, wirklich. So. Ähm, dann werden wir uns morgen, äh, um die Fertigung der... Also, da gucken wir, dass wir hier die ganzen Mauern fertig kriegen. Dann haben wir uns zumindest schon mal eingeigelt. Genau. Gut. Wir können vielleicht auch die Türme mal in, äh, Arbeit... Genau. Dann bauen wir uns noch Türme außen rum. Und dann sind wir zumindest schon mal halbwegs safe. Richtig. So. So. Und in die Hütte zum Pennen. Komm. Ich habe einen Stein gefunden. So. Okay, dann, äh... Haa... Zwei, drei, drei, zwei, 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 drei, drei, zwei, drei... Einer fehlt noch, ich nicht. Jetzt noch einer. Ich bin drin. Der, wo sich bewegt, der ist jedes Mal draus. Nee, hier, bei mir steht eins von drei. Bei mir steht zwei von drei. Warte. Jetzt steht zwei von drei. Zwei von drei? Ja. Habe ich auch zwei von drei. Hä? Hä? Drei von drei. So, drei von drei. Ach. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für den zweiten Tag? Richtig. Und, äh, dann sehen wir uns beim dritten Tag. So sieht das nämlich aus. Okay, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben, fühlt euch da. Definitiv. Bewertet mal, bewertet doch bitte in den Kommentaren mal Lautschis Tagesleistung. Nein, also allgemein, die Tagesleistung. Genau. Ihr müsst das so sehen. Ich dokumentiere das. Ich bin ja von dem Dokumentationsteam und ich, äh, und ihr seid ja die Auswanderer, ja? Und ich dokumentiere das, ja? Versteht ihr das? Naja, egal. So. Da wird schon wieder Fleisch gefällt. Das war's auf jeden Fall für diese Folge. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Beziehungsweise klickt beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.